Ja, also jetzt sind wir da, ich habe das jetzt heute, alles hat das erste Mal aufgeschrieben, ich bin ziemlich zu, aber ich habe jetzt da angeschwitzt, Zwiebelknoblauch und das ist wie ein Rösti, ich habe nichts anderes gefunden und da habe ich jetzt, das habe ich alles gestohlen, also nicht gestohlen, natürlich nur ausgepackt von meiner Mutter, das sind zwei Eier, äh, vergammelter Camembert, zwei frische Knödel, Zitrone und Orange, da habe ich Testen jetzt draus gemacht, also unbegriffen und ein Bild an Verlager habe ich auch noch gefunden, aber so schaut es halt aus, nach einem Tag bei mir, ich habe es vorher gezählt, 29 Gläser, das glaubt ja niemand, 29 Gläser, drum trinken, also trinken tue ich auch dann hin und, also alleine nicht, aber kochen tue ich dann lieber alleine, weil für 28 Leute kochen, wird dann ein bisschen mühsam. Ja, gehen wir es halt an, ich habe alles aufgeschrieben, wir haben uns in ein paar Minuten wieder, Tschüss, Baba, also, da ist die Uhr, 2.48 Uhr, los geht's, ein bisschen was vorbereitet, das ist nichts anderes als eine Röste mit zwei rohen Kartoffeln, die Erdöpfel, wie man es braucht, aber, ja, los geht's, das war der Gang, bis gleich.